Hallo, hier ist der Rudolf. Hier seht ihr einmal ein Flanksteak und ein Fräserstück von der Morschnucke. Das Flank und das Fräserstück, wenn wir jetzt so zwei Minuten von jeder Seite scharf angrillen und dann noch mal vier Minuten nachziehen lassen. Jetzt schneiden wir das Ganze mal an. Schön Zartrosa. Jetzt werden wir das Ganze auch probieren. Butterweich. Geschmacklich eine absolute Sensation. Danke.